So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben ja heute früh ein bisschen gestreamt, der Sonntags-Chill mit Raids, wo man Wunsch-Raids machen konnte. Da wurde Mega-Gaddevar gemacht, da wurde Genesek gemacht, weil das momentan in den Raids ist. Da wurde Adeboom gemacht, also dieser lustige Vogel. Ich habe bisher gefühlt ja auch nur Adeboom-Raids gemacht, habe aber heute, damit ich überhaupt Platz habe in meinem Beutel, alle Adeboom-Vögel verschickt. Wozu habe ich die nochmal geradet? Ich weiß es gar nicht. Das ist nämlich ein Problem, was ich heute hatte am Forschungstag. Platzmangel, Itemmangel, Platzmangel, das war total komisch. Meine Box ist auch komplett voll. Ich habe 299 von 300 Pokémon jetzt. Ich habe vorher fast alles verschickt, selbst Sachen, die ich auch entwickeln konnte, wo ich die Entwicklung noch nicht mal im Pokédex habe. Ich mir aber auch wieder denke, brauche ich das? Ja, irgendwann, wenn es um die Level-Ups geht, mit im Pokédex registriert und Pladin-Medaillen vielleicht, aber für den heutigen Tag musste ich so aufräumen wie noch nie. Phalarope 3 ist super, Freunde. Das auch. Interessant, weil ich auch gelesen habe, dass jemand gefragt hat, macht man heute eigentlich auch Community-Egg. Ihr wisst, einmal im Monat sollen die Leute ja ein Glücksei zünden zum Start des C-Days und am Start des C-Days gemeinsam levelen. Level-Ups Stufe 3, Stufe 4 mit ihren Freunden, gerade die, die ihr nicht kennt, mit denen ihr euch nicht absprechen könnt, wie auch immer die in eure Liste kommen. Und man könnte das klar auch an so einem Forschungstag machen, man könnte das auch an einem Brüttag machen, man könnte das auch zu einer Rage-Stunde machen, aber dann macht man ja immerzu Level-Ups und braucht immerzu wieder Glückseier. Manche leveln sogar in der Rampenlichtstunde dienstags. Ich würde sagen, der C-Day ist auf jeden Fall das Wichtigste, da die Level-Ups zu machen. Viele haben heute wieder geöffnet, weitergemacht, gerade auch zu Beginn. Mich stört das nicht, Stufe 1, 2, macht was, jawohl, Stufe 3, 4, bitte dann immer zu den Community-Days am Anfang. Denn, wenn ich am Community-Day sowieso streame, eine Stunde Community-Day unterwegs zeige und ihr direkt zu Beginn levelt, seid ihr ja im Stream dabei, euer Name erscheint im Stream und wird da angezeigt. Gleichzeitig ist es ja jetzt nach 17 Uhr, es war der Mirapla-Forschungstag. Ich möchte jetzt mal kurz hier rein und möchte mal abholen, erst mal die Pokestop-Showcases. Es gab nämlich zum Forschungstag wieder Showcases. Ich sitze hier 1, 1 und Platz 2. Hol mal ab, gucken wir mal, was da diesmal drin ist. 2.900 Sternenstaub, 3 Superbälle, 2 Lade-TMs, 5 Log-Module und 13.000 EP. Hier habe ich noch 3 Aufgaben fertig, die ich abholen könnte. Wollen wir das mal machen? Komm, wir machen das mal. Ich habe ja gesagt, einen Platz habe ich noch frei. Wir gucken jetzt mal, ob hier noch was Interessantes drin ist. Dann reden wir kurz ein bisschen über den Mirapla-Forschungstag, dann zeige ich euch meine Ausbeute. Hunderter, Shinies, nicht Shinies, nicht Hunderter, alles was es heute so gab. Wenn ich den Rest abholen kann, muss ich das, was ich jetzt hier gerade fange, aber verschicken. Das war das Erste. Kann ja sein, dass hier noch ein Shiny jetzt drin ist. Hunderter Wert wusste ich vorher nicht, habe ich wieder gar nicht nachgeguckt. Ich bin einfach los, ich habe dann einfach Aufgaben gemacht, habe da alles gefangen und alles aufgehoben. Gefühlt muss ich eh alles... Nein, da ist ein XL, neuer Rekord. Hätte ich das mal vorher abgeholt und noch ausgetauscht, vielleicht wäre ich sogar noch auf Platz 1 gekommen. Komm, egal, jetzt wird es auf jeden Fall weggeschmissen. So, und hier nochmal 507, das müsste schlechter sein, als das eben. Da ist auch gerade Adi reingerannt. Zack. Es war natürlich wieder so ein Forschungstag, wo ihr ab hoge Stops drehen müsst, um diese Feldforschungsaufgaben zu haben, aus denen dann Mirapla rauskommt, mit einer erhöhten Shiny-Rade auch. Es ist leider nicht so gewesen, dass ihr hier im Heute-Tab 10 Seiten habt, mit Mirapla-Aufgaben, die ihr nacheinander abarbeiten könnt, so dass jeder, fairer halber, die gleiche Anzahl an Encountern und Aufgaben hat. Nein, es ging wieder mal um Pokestops. Wer also wenig Pokestops bei sich hat, der hat auch wenig spielen können, wenig Encounter machen können, obwohl die ja trotzdem nach einer Stunde, glaube ich, zurückgesetzt wurden, so dass man in den drei Stunden an einem Pokestop also drei Aufgaben machen konnte. So, das haben sie ja schon ein bisschen auch überarbeitet. Ich fand das andere Konzept trotzdem besser, dass man das einfach abarbeitet aus dem Ding heraus. Jetzt möchte ich hier mal drauf. Wir sind bei 299 von 300 Pokémon. Ich habe wirklich gefühlt alles weggeschickt, vorher habe kaum noch was aufgehoben. Wir sind jetzt hier bei 446 von 450 Items. Ich habe auch wieder 150 Coins, das heißt, morgen müsste ich die 200 Coins voll haben und könnte entweder die Pokébox oder den Itembeutel wieder um 50 erweitern, denn dieser Account wird vollkommen Free-to-Play gespielt und deswegen wird da nichts aufgeladen, nichts erweitert. Das muss ich alles mit den täglichen Coins machen. Ich wollte jetzt hier rein, genau, ich wollte jetzt mal Alter 0 eingeben. Bei Alter 0 zeigt es euch nämlich nur die Pokémon an, die frisch gefangen wurden. Alter 1 zeigt die letzten 24 Stunden oder irgendwas auch, keine Ahnung. Unten den Rest, lasst da jetzt mal weg hier das Glücksfrospino. Das ist uninteressant, das gucken wir uns gar nicht an, genau wie den Rest bis zum Blutzug. Ab Blutzug geht es los, Blutzug war das erste Pokémon, was ich gefangen habe. Ich werde jetzt einfach alle mal durchswitchen. Ihr seht dann die Pokémon, ihr seht die Bewertungen. Mal gucken, ob euch auffällt, wer ein Shiny dabei ist und falls ein Hunder da dabei ist. Daddies, Blutzug ist am Start. Miraplar gab es dann, wie gesagt, aus den Aufgaben. Übrigens hat auch einer zwischendurch einen Kommentar geschrieben, habe ich gesehen dann, der hat gesagt, er hat die Forschung nicht. Der hat also gedacht, das ist eine Spezialforschung oder eine Forschung im Heute-Tab. Der hat die nicht, fertig. Ich habe dann vorhin geschrieben, man muss Pokestops drehen. Das ist wahrscheinlich aber zu spät bei dem Kollegen dann gewesen, dass er das wohl alles verpasst hat. Knofenza saß auf jeden Fall überall rum, war auch die ganze Zeit schön wettergeboostet. Generell waren die Pflanzen wettergeboostet. Ich habe fast alle Aufgaben mit Knofenza gelöst, wenn es hieß, fange ein Pflanzen-Pokémon, mache einen Schnappschuss von einem Pflanzen-Pokémon. Dann hatte ich einmal dabei, dass du drei Pflanzen entwickeln sollst. Das war ein bisschen schwierig, weil ich so gut wie keine Bonbons hatte. Ich habe aber einen Blutzug hier mal entwickelt. Roselia war eigentlich ein Pokémon, was meiner Meinung nach sehr nützlich und stark ist. Da hätte ich gerne einen Hunderter gehabt und hätte das gerne gemaxed, hochgezogen, irgendwas. Roselia-Armee am Start wäre auf jeden Fall was krasses. Roselia ist relativ wenige Spawn. Roselia habe ich so gut wie gar nicht gesehen, aber überall eben dann Knofenza. Dann gab es halt immer wieder die Mirapla aus den Forschungen. Da waren ja wieder Aufgaben dabei, wie sonst war es. Ich mache einen fabelhaften Wurf, mache fünf großartige Würfe, verschicke fünf Pokémon, ne, mache drei großartige Würfe, verwende drei Nanabären. Tarnpignon war dabei als Pokémon, was mehr Staub gibt. Paras war dabei als Pokémon, was mehr Staub gibt. Aus Versehen habe ich einen Rüpel gemacht. Dann habe ich weiter mich hier konzentriert und gefangen und gefangen und gefangen. Immer weiter, immer weiter. Habe immer mal gedacht, okay, hoffentlich reicht der Beutel aus. Hier ist ein recht gutes Paras auch noch dabei. Blutzug wieder am Start. Roselia knillt. Eigentlich auch recht gutes Pflanzen-Pokémon. Recht guter Kampfangreifer, aber auch dann als Carp-Hilz kann man gerne mitnehmen. Ein wildes Flammara habe ich gesehen. Das fand ich cool. Da habe ich ja auch den Dex-Eintrag noch gar nicht gehabt und war damit auch abgeschlossen. Tuska, Tuska. Dann habe ich gesehen, das waren ja nicht alles Event-Aufgaben. Du hast zwischen den Event-Quests, wo die Mirabler rauskamen, aber auch normale Quests gekriegt. Und ich habe mich dann gewundert. Ich habe plötzlich Tarnel hier rausbekommen. Ich habe plötzlich Kießling rausbekommen. Ab dem Moment habe ich dann immer, wenn nicht Event dran stand, die direkt gelöscht. Und nur die versucht zu lösen, wo Event dran stand. Selbst wenn die relativ leicht zu lösen waren, habe ich mich versucht, nur auf die Event-Quests zu konzentrieren. So. Joa, ihr seht, wir wischen weiter fröhlich durch. Eine Aufgabe war dabei mit, laufe zwei Bonbons mit einem Buddy oder so. Das war richtig bescheuert. Oder eins oder zwei oder was weiß ich. Mein Buddy hat gerade angezeigt, er hat ein Bonbon und ein XL gefunden. Und dann habe ich die Aufgabe gekriegt. Und die ganze Zeit dachte ich, ich lasse die drin und nehme halt nur noch zwei an. Was ist passiert? Ich habe noch so eine Aufgabe gekriegt. Jetzt hatte ich zweimal diese Aufgabe drin und konnte immer nur noch eine annehmen, die ich lösen kann. Das war ein bisschen nervig. Also habe ich dann irgendwann, hier ist das erste Shiny aus der Forschung, Miraplar Shiny, also Shiny ist schon mal da. Dann habe ich irgendwann gedacht, mich nervt das so sehr, ich lösche das jetzt einfach raus. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe das dann rausgelöscht, die beiden Aufgaben. Kurz danach ist das nächste Bonbon gekommen. Das war perfektes Timing. Der hier hat mich sehr gefreut. Ein Hunderter Miraplar aus der Forschung 526 WP. Der hat geschmeckt, da bin ich froh drüber. Das war richtig cool. Dann kam auch das zweite Shiny. Normalerweise bräuchte man also vier Shinies, wenn man die normale Familie voll machen will, plus die behinderte Version, braucht ihr also dann vier Shinies. Zwei haben wir schon. Wir machen mal weiter. Ein Shiny Paras in der Wildnis kam auch noch hinzu. Dann kam wieder noch ein Shiny Miraplar. Rihorn habe ich immer noch mitgenommen. Läufeo. Oh, wir wühlen weiter durch. So, Knofenzer. 100% Knofenzer. Bei so vielen Knofenzer, die da rumgesessen haben, war plötzlich ein Hunderter dabei. 100 da dabei, fand ich gut. Wildes Toxikack. Fruberl. Wieder Knilz. So, ich kann jetzt schon mal spoilern. Ich glaube, das waren die 200er. Noch ein Hunderter dürfte nicht dabei sein. Jetzt dürften aber noch Shinies kommen. Scrollen wir mal weiter. Schneller durch. Kanimani fand ich sehr cool. Ist ja eins von Ismu, sein Lieblings-Pokémon. Wo er auch zum C-Day damals extra kam, um den Kanimani C-Day zusammen zu spielen. Ah, ob sie da auch mal ein Classic machen? Was denkt ihr? Kanimani? Classic? C-Day? Starter? Dieses Amarino kam, glaube ich, aus einem Ei. Zwischendurch ein 10km-Ei aufgegangen. Kam das Amarino raus. So. Ansonsten, ich gucke gar nicht mehr auf die Bewertungen. Ich gucke nur noch oben, ob die FAP sich ändert. Das war auch noch aus einer Feldforschung, aber aus einer alten habe ich aus Versehen auf meinem Quest-Stapel oben gedrückt, statt unten zu drücken, wo ich die Sachen abhole. Das Handy hat nämlich dann ein bisschen gehangen. Das war ein bisschen ärgerlich. Das hat sehr geruckelt. War auch wieder heiß. Wulnona war auch heiß. Gab es auch wild. Hat man auch eingetütet. So mitgenommen. So. Wie weit kommen wir noch? Lampi. Vielleicht mal für die Superliga. Achtet nicht auf die EV. PvP-EV. Ich nix wissen. Mir egal. Noch ein Mirapla. Das ist dann das dritte. Shiny Mirapla. Und. Wie habe ich eins vergessen? Oder? Keine Ahnung. Jetzt können wir trotzdem mal alle Null und Schilland eingeben. Und. Schilland. Und dann seht ihr nochmal. Dass ich nicht schreiben kann. Zzzz. 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 Haben wir da. Haben wir hier. Haben wir da. Haben wir da. Ich glaube das ist das krasseste. Weil das eben auch 15 Angriffe war. Das werden wir jetzt auch mal entwickeln. Dass wir überhaupt mal was entwickelt haben. Dass wir überhaupt mal die Pugdex Einträge haben. Ich habe ganz normales noch nicht entwickelt. Wir entwickeln das jetzt mal durch. Bei dem ist der Unterschied zwischen männlich und weiblich ja auch enorm. Wer das nicht wusste. Guckt euch mal hier oben die Mütze an. Ja. Also die Blüten auf dem Kopf. Das hat so eine Knolle. Und es sind lauter so weiße Punkte drauf. So. Wenn ich jetzt rausgehe ist das wieder ganz weg. Ne. Mal gucken. Das ist ein männliches. Haben wir ja noch ein weibliches. Das ist ein weibliches. Jetzt passt mal auf. Wenn ich das hier entwickle was ein weibliches ist. Müsstet ihr schon genau den Unterschied erkennen. Damit ihr seht. Ich labere nicht. Das ist so. Da achtet keine Sau drauf. Aber ich zeige euch das. Weil darauf habe ich geachtet. Was habe ich am Main Account immer gesammelt. Männlich. Weiblich. Lucky. 100. Shiny alles. Seht ihr das. Der. Hat. Auf jeder Knolle. Genau. Einen. Großen. Weißen. Punkt. Und der. Hat lauter kleine Punkte. Kleine weiße Punkte. Auf der Knolle. Ist ein kleines Detail. Was man so beachten könnte. Ja. Was machen wir jetzt. Machen wir den mit den großen Punkten. Ich glaube. Der war der beste. Komm. Weil der der beste war. Entwickler. Den halt einfach weiter. Das ist. Wenn ihr es nämlich weiterentwickelt. Auch wieder so. Dass der Unterschied so gut zu sehen ist. Ihr bräuchtet also eigentlich. So viele. Für die shiny Familie. Dass ihr ein Du Floor. Und ein Gifloor. Jeweils in männlich. Und in weiblich habt. Denn der hat ja auch jetzt. ganz viele weiße Punkte. Und der andere hat weiterhin einfach nur vier Flatschen. Wenn ihr da drauf drückt. Der streckt euch das entgegen. Der pumpt richtig wie ein Maikäfer. Guckt euch das an. Das sind vier Flatschen. Ich könnte jetzt den anderen noch entwickeln. Damit ihr den Unterschied seht. Und dann hätte ich aber. Weil ich ja hier auch noch Blue Bella entwickeln müsste. Und so. Für die Familien. Dann würde mir was fehlen. Und weil mir dann was fehlt. Kann ich das nicht machen. Ich möchte nämlich vielleicht trotzdem auch hier shiny Familien sammeln. Und vielleicht auch hunderter Familien. Aber dazu bräuchte ich erstmal was. Und apropos hunderter Familien. Jetzt gehe ich nochmal hier drauf. Alter Null. Und vier. Sterne. So das seht ihr. Das Zermutzel ist nicht von heute. Ich sage es nochmal dazu. Dieses Knopfenser saß wild. Gefangen in der Wildnis. Und dieses Mirabla. Gefangen in der Feldforschung. Meiningen. Thüringen. Deutschland. So. Das ist auch ein männliches. Das könnte man jetzt vielleicht. Durchentwickeln. Wollen wir das durchentwickeln? Wir lassen es einfach so wie es ist. Genial. So. Das war meine Ausbeute. Das war mein Quest Day mit Mirabla. Vier shiny Mirabla bekommen. Ein shiny Paras bekommen. Ein hunderter Knopfenser bekommen. Ein hunderter Mirabla bekommen. Wie war eure Ausbeute? Was habt ihr so bekommen? Showcase. Platz 1. Platz 1. Platz 2 bekommen. Das war meins. Wie war euers? Schreibt es mal rein. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.